Spähen, scannen, lasern. Deutschland wird von Google vermessen. Das Internet nimmt gigantische Ausmaße an und bestimmt unseren Alltag. Für die einen bedeutet es Freiheit, für die anderen Kriminalität und Verblödung. Stimmt das? Wie gefährlich ist das Internet? Guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Seit dem Wochenende hat Google zumindest einen handfesten Datenskandal an der Hacke. Es geht dabei um Google Street View. Wir haben es schon gesehen, gerade in dem Vorspann. Google fährt seit Jahren eigentlich durch die Straßen und filmt ganze Straßenzüge und die Häuser ab, scannt diese Häuser und das haben wir jetzt am Wochenende erfahren. Bei der Gelegenheit werden auch gleich noch ein paar private Daten gesammelt. Dafür hat sich Google entschuldigt. Es sei ein Versehen gewesen, soll nicht wieder vorkommen. Trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft und viele Menschen fragen sich nun, muss ich mir das eigentlich gefallen lassen? Wie weit darf die Datenflut im Internet gehen und wie kann die Politik das Netz kontrollieren? Darüber diskutiert heute bei uns die folgende Runde. Astrid Herbold. Die Internetkritikerin warnt, Google scannt keine Bücher ein und fotografiert keine Straßenzüge ab, weil es ein altruistisches Bildungsauftrag verfolgt, sondern weil es damit seine Monopolstellung als Weltlotse ausbauen will. Julia Klöckner, die parlamentarische Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium, fordert eine neue Kultur im Internet, eine Kultur des Respekts vor den persönlichen Daten der anderen. Für den Internetaktivisten Sascha Lobo, Sie dürfen ruhig trinken, überwiegen ganz klar die Vorteile der digitalen Welt. Allerdings muss man den Umgang damit lernen. Er plädiert deswegen für ein Schulfach Internetkunde. Und die Piratenpartei und ihr Vorsitzender Jens Seitenbusch wollen den Datenschutz der Bürger stärken. Eine Zensur einzelner Netzseiten nehmen sie aber ab. Kommen wir zunächst mal zu diesem aktuellen Google-Datenskandal. Herr Lobo, was ist da passiert? Was hat Google mit den Daten gemacht? Vielleicht können Sie uns das erklären. Ja, ich kann versuchen, das grob zu skizzieren. Da haben mehrere Fachleute draufgeguckt, zum Beispiel der Berliner Informatiker Christian Köntopp, und haben diese Ausrede von Google, oder diese Entschuldigung von Google, es sei aus Versehen passiert, als glaubwürdig eingestuft. Was ist da passiert? Google fährt durch die Straßen, fragt bekanntermaßen ab, was da für WLAN-Netze in der Luft herumfliegen. Und immer dann, wenn ein WLAN-Netz nicht geschützt ist, dann kommt nicht nur der Name zurück und ein paar andere Daten, sondern dann wird gleichzeitig auch ein Datenpaket mitgeschickt von dem Datenverkehr, der über dieses WLAN-Netz stattfindet. Das bedeutet, in erster Linie hat Google wahrscheinlich aus Versehen, wie gesagt, ich halte das auch für glaubwürdig, Daten mitgeschnitten, die sowieso die Menschen, weil sie ein mangelndes Verständnis von der Sicherheit haben, in der Luft haben, frei herumfliegen lassen. Aber warum schneidet Google die dann mit? Also wenn sie da vorbeifahren, das muss man doch nicht machen. Grob gesagt kann man das so sagen, wenn ich diese Anfrage starte, was gibt es da für WLAN-Netze und das ist verschlüsselt, dann kommt nur der Name zurück. Wenn es nicht verschlüsselt ist, dann kommt ein Teil der Daten mit zurück. Das kann also durchaus aus Versehen passiert sein. Frau Kleckner, halten Sie das für justiziabel? Also glauben Sie, die Staatsanwaltschaft, die da ermittelt, wird eine Chance haben, sag ich jetzt mal? Ja, bin ich mir sicher. Denn die E-Mail-Inhalte fallen unter das Fernmeldegeheimnis und des Telekommunikationsgesetzes. Dagegen ist verstoßen worden. Und ich frage mich, wieso sammelt Google eigentlich die WLAN-Netze? Warum werden überhaupt Listen erstellt, wer wo welches Netz hat, ob es offen ist oder nicht offen ist, das Netz. Und ich tue mich schwer damit, zu glauben, dass Google jetzt plötzlich auch noch Opfer geworden ist, dass sie irgendwie nichts dafür kannten konnten. Google hat ein System, Versuch und Irrtum. Es wird erst mal gescannt und dann gefragt, erst gescannt oder gesammelt und dann geschaut, was passieren kann. Ich wünsche mir das anders, weil der Verbraucher und der normale Bürger nicht auf Augenhöhe ist und das noch nicht mal weiß. Und deshalb bin ich absolut dafür, dass wir dem nachgehen. Und es gibt auch Möglichkeiten der Bußgeldverhängung. Und da ist auch Hamburg natürlich gefragt, weil Google den Sitz in Hamburg hat. Da muss man vielleicht noch mal einhaken. Weil was Google gemacht hat, ist zweifellos eine Idiotie. Aber da Boshaftigkeit zu unterstellen, das würde ein bisschen weit führen. Unter anderem deswegen, weil die Datenpakete wohl eine Fünftelsekunde lang sind, die da abgescannt wurden, völlig unzusammenhängende Daten sind. Und auch Google ansonsten nicht zur Auswertung irgendwie hätten hilflich sein können. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Ob die jetzt damit was anfangen können oder nicht anfangen können. Die Frage ist erst mal, wieso hat jemand Interesse, jemand, der eine Monopolstellung hat, Daten auch noch weiterzugeben, die übrigens dann auch noch in Hände dritter kommen. Das sagt Google ja auch. Nach sechs Monaten haben sie sie vielleicht nicht mehr, die Daten, aber geben sie weiter. Und erst das Verknüpfen von verschiedenen Daten. Das heißt Google Street View, Google Earth, Google Bus oder dann noch das Google Handy. Dann kommen wir noch zu WLAN-Netzen. All diese Dinge, die finde ich hinterfragenswert. Und das hinterfrage ich auch gerade als Verbraucherpolitikerin, mit welcher Selbstverständlichkeit und auch Juspe Google da vorgeht. Und dann muss ich sagen, wer so vorgeht und durch die Landschaft pflügt und selbst nicht möchte, dass das eigene Auto fotografiert wird, das Google Street View Auto und auch untersagt, dass Google Gebäude auf dem Gelände nicht fotografiert und gefilmt wird, aber dann andere abfilmt, der muss sich dann auch dem Gewitter und dem Wind stellen. Frau Harpold, was unterstellen Sie Google für Interessen? Sie sind ja auch skeptisch. Ja, ich bin auch sehr skeptisch. Ich bin auch sehr bei Frau Glöckner, muss ich sagen. Ich finde auch die Frage, warum werden da WLAN-Netze, also warum das gemacht wird, ist ja klar, ist ja bekannt. Also die machen das, damit die Handyverortung noch genauer stattfinden kann. Damit man nicht nur... Was bedeutet das? Also was hat sich jemand davon, wenn eine Handyverordnung noch genauer ist? Das kann der Logo bestimmt wieder besser erklären, was das technisch genau bedeutet. Aber ich glaube, es geht darum, dass die Verortung eben in der Stadt noch genauer stattfindet. Also dass das Handy noch genauer weiß, steht es vor der Torstraße 190 oder 191. Warum ist das, wenn man ein Handy richtig? Das wird ja heute schon gemacht auch. Das machen die Handys ja jetzt schon anhand der Handynetze. Letztendlich nicht nur mit GPS, was ja bekannt ist in den Handys drin, aber die können auch über die Lokalisierung von den normalen Handymasten Informationen liefern, die zur Positionierung. Wenn ich jetzt einfach ein Wegfindeprogramm habe auf meinem Handy, dann wird es schneller und besser positioniert und kann mir zum Beispiel einen Rogenplaner besser benutzen. Gut, aber das ist, wenn ich quasi so ein kleines Navigationssystem im Handy habe, dann ist es sinnvoll. Genau. Da ist es nützlich zunächst mal. Oder ist es nur gut für die Unternehmen? Wie, ansonsten nicht. Das ist ja in meinen Augen zumindest ein legitimer Grund, der übrigens nicht nur von Google, sondern auch von ein paar anderen Firmen schon länger praktiziert wird und auch schon bekannt ist. Das war jetzt kein Geheimnis. Das bedeutet, die technische Möglichkeit, mich selbst zu orten, die vom Verbraucher ganz klar nachgefragt wird, die verbessert sich, wenn man weiß, wo welches WLAN-Netz ist. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist zumindest in der Form, wie es geschehen ist, nicht verboten. Aber die Frage ist natürlich, wie ist die Voreinstellung? Also sagen wir mal Betriebsanleitung, wenn ich es wie eine Waschmaschine, gibt es eine Grundbetriebseinstellung, wie ist die geschaltet? Und wenn ich, können wir ja auch zu den sozialen Netzwerken Facebook etc. kommen oder zu einem Google-Handy, wenn da grundsätzlich erst mal alle Fenster geöffnet sind, alle Türen geöffnet sind und ich mich erst mal darum kümmern muss, welche Fenster könnte denn dieses Haus haben, welche muss ich erst mal schließen, dann ist es problematisch. Und ich würde wecken, dass sehr, sehr viele Nutzer von Handys gar nicht wissen, dass etwas aktiviert ist in ihrem Handy, was sie selbst nicht aktiviert haben. Und wer das nutzen will, gerne, freies Land, kein Problem. Aber man geht von etwas aus, was so nicht gegeben ist. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass man zum Beispiel die Schulung über Internetkompetenzen stärken muss, auch frühzeitig stärken muss. Aber das, letzter Satz dazu, aber das Spannende wird doch dann werden, wenn ich verschiedene Informationen zusammenbinden kann zu einem Profil, wann bleibt jemand wo stehen, wo ist er gerade, das mit dem Handy, mit einem Kaufverhalten, mit Kontaktverhalten, das zu verbinden, das macht mir Angst. Ich glaube, man muss so ein bisschen den Datenschutz vielleicht Aspekt von dieser Monopoldiskussion trennen. Weil, was Sie gesagt haben, ist richtig, Google hätte diesen Teil der Daten, der jetzt privat ist, auf jeden Fall nicht weitergeben dürfen. Das ist ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und auch gegen das Telekommunikationsgesetz, höchstwahrscheinlich. Ich bin ja da nicht der Richter. Und das muss natürlich auch bestraft werden. Das ist denen auch klar. Diese Erfassung an sich ist, glaube ich, an der Stelle nämlich ein interessanter Punkt. Da haben wir nämlich gesehen, wenn jemand jetzt, was weiß ich, zu Hause telefoniert und es ist privat, lässt er halt das Fenster nicht offen. Das heißt, die aufzuschnappen, die Signale, ist ein wesentliches Problem. Da müssen wir Leute ausbilden und sagen, hier, wenn ihr das privat halten wollt, müsst ihr wenigstens das machen. Das hängt ja auch mit dem BGH-Urteil neulich zusammen, dass jetzt Anforderungen kommen, dass die Leute diese Dinge wirklich auch ernst nehmen, weil es bestimmte Aspekte hat. Und der Datenschutzpunkt, da bin ich ganz bei Ihnen im Grunde genommen, müssen wir wirklich fordern, dass das deutsche Datenschutzgericht und das europäische Datenschutzrecht da auch durchgesetzt wird, damit sich solche Konzerne letztendlich im Vorfeld auch ein bisschen mehr Mühe geben. Nämlich mehr Geld auch reinstecken, zu gucken, ist es wirklich so, dass wir nichts Privates mitschneiden und so weiter. Und das wäre absolut möglich gewesen, hätte den Dienst aus meiner Sicht ja überhaupt nicht geschadet. Aber Sie gehen ja nach wie vor beide davon aus, dass es wirklich ein Versehen war. Ist denn denkbar, dass das eben kein Versehen war, sondern ein bisschen, was Frau Klöckner angedeutet hat, vielleicht einfach mal so einen Versuchsballon starten, und einfach mal eine Software vielleicht auch austesten, weil mir ist nicht begreiflich, Entschuldigung, neben zur Änderung, mir ist nicht begreiflich, warum ein so großer Softwarekonzern, die wirklich da ganz weit vorne sind, warum die eine Software entwickeln, die aus Versehen Dinge macht, die sie nicht tun soll. Glaube ich. Oder tue ich mir schwer daran zu glauben. Ja, das liegt an der technischen Begründung, dieser Fehler, wenn er von Fachleuten als glaubwürdig eingestuft wird. Ich glaube denen persönlich auch, weil, wie ich vorher erklärt habe, diese Daten frei in der Luft herumgeschwebt.